Sir, wählen Sie die nächste Mission, Sir. Ich bin einsatzbereit, Sir. Ja. Oh, ein neues Gebiet hat sie freigestellt. Oh, hallo. Dann mache ich mal eine Mission hier, die Land der Enthüllung. Oh, wie ich eier. Eier sammeln lämlig? Ja, eier sammeln schön, aber... Hier, komm, lass ein alkoholisches Getränk trinken. Ja, Prost. Achso, bist schon an der Theke. So, was gönnen wir uns den Feind jetzt? Ich habe mir doch letztens erst etwas Neues gekauft hier. Komm, höre ich doch diesen Crew da an. Ach, so stand es noch in dem Teil drin. Ah, okay. Hm, genau. Kein alkoholisches Getränk für uns. Okay. Nimmt er dich jetzt mit trotzdem? Ja. Ah, okay. Glück gehabt. Beim Saufen, öh? Ich kann nicht zum Saufen. Wenn man sich was zum Saufen kauft. Ja. Kauft man das fürs Team. Ah, okay. Also, wenn ich mir ein Getränk kaufe, kriegst du auch automatisch. Wenn jetzt wir noch zwei andere da hätten, hätten die automatisch auch was gekriegt. Was sind die Getränke? Kannst du da irgendwas Gutes mitmachen? Oder... Es gibt einen Trank, mit dem kannst du schneller minen. Ähm, aber bis jetzt habe ich... Also, die Tränke, die ich nur habe, sind rein Pfannen mäßig. Ah, okay. Iiiiiiii... Super Super Super. schön gold ich muss niesen ja da bin wir da schön guten Abend yo check the flow hier hinter dir hier ähm ah da geht's an du hast doch gold 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 habe ich gold übergelassen nein ach die bonusnüsse habe ich ja auch genau oder habe ich ja war gold übergelassen auf jeden Fall läuft das game sehr stabil das möchte ich sagen oh nitra wobei ich sagen muss ich habe mit meinem rechner durch die wasserkühlung ist jetzt immer glück gehabt also ist noch nichts abgestürzt kann natürlich irgendwann kommen grünen punkte da und da da glaube ich auch da sind noch mal große grüne kristalle drin ah ok ach so wenn wenn man jetzt hier diese grünen punkte da ist da gibt es kristalle ja genau so wie eben die die was waren das diese gelben oder weißen bubbles die haben die stelle verraten wo so eine große perle drin ist ah ok glaube ich hier sind sogar zwei das ist ja ein riesengroßes gebiet schlapp ich mal nach oben joa klopp mal klopp 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 die schuhe tot hängt da so rum ich wusste dass das geht so ich habe einen fetten kristall gefunden genau und wenn du dir die kristalle gleich anguckt das abgegeben hast siehst du die sind jetzt erkraut alles klar dann weiß man da ist schon gekramt und hier wo sie noch schön leuchten hier ist noch ein großer kristall drin ah das ist gut gut zu wissen ja ich habe ihn ich habe ihn na lass mich raus ja kann man kann man das einsammeln treten treten ist ja gut was ist das das ist selber noch nicht ich bin sehr viele neues dazu gekommen wahrscheinlich irgendwas im spiel nur und den voli eintreten wahrscheinlich lassen sie mich durch ich bin ingenieur genau ich bin arzt zwergenarzt mhm oh jetzt aber ciao komm auch runter nitron schon abgebaut ach ist schon alles klar wo bin ich denn da so dann müssen wir mal gucken so wo wollen wir denn hin wo müssen wir denn hin was brauchen wir denn noch also gleich links von uns ist ein ei ok wir machen uns das ei ja genau das erkennt man ja hier ja schon hier wo es so widerlich wabbelt und blubbert da ist ein ei drin siegelicht wenn es noch so ist wie früher ja ist es noch so genau so wie früher sobald man das ei rausholt mag der dungeon das nicht und er schickt uns einheiten oh da ist gold guck mal her hier einheiten hat sie ihn mal zerlegt ne und es hat und es hat boom gemacht und der schöne grüne hier angenehm auf so einen schwierigkeitsgrad zu spielen ja ne glaube ich ihr seid wahrscheinlich schon im profi modus unterwegs oder noch ich habe das sehr viel alleine gesuchtet ich bin eher im profi modus unterwegs mein bruder wenn er jetzt mitgespielt hätte der wäre jetzt auf dem gleichen level wie du ja ok ja stimmt ich finde das so zu komisch dass man manche games kauft man sich nicht weil es ein reiner multiplayer ist aber kannst du ja viele multiplayer auch alleine spielen ne überhaupt kein ding ja und ähm was ich richtig gut finde bei dem spiel hier ist ähm die community ich habe ja gestern gespielt ja und ich hatte sofort drei leute dabei die auch so alle so deinem level waren ah cool so was haben wir denn hier haben oh das ist gleich das nächste ei irgendwo hier unter uns ich komme aber ei 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 schade dass wir im nest nicht mal zwei sind oder so man kann bestimmt aber auch zwei mehr gegner ja schütz aufbauen wo geht es hier hier hinter ist hohl hallo ist hier jemand ja gerade dahinter ist hohl aber ich finde das einig muss hier irgendwo sein guck ah da ah sehr gut ja nie mal jup abliefern haben wir gemacht wo geht es hier hin war ich jetzt noch so da kommen sie oh hallo vorsicht bombe granate naja ist ja zum glück nur die harmlose granate noch ja da musst du die granate mal vom bohrer angucken aber die geht die ist noch schlimmer ja die 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 macht richtig groß warum denn gas ja echt was ist so groß ja zack hier ist gleich der nächste von diesen spinnen ich bin mal wieder zu dir nimm das schurke nimm das schurke nimm das schurke nimm das schurke hier geht es runter oder die gute nuss so ich habe ja noch mal nitra und dahinter was ich da kann was großes ja kommt kommt geht er weg da wollen wir arbeiten oh man 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 diese ausgasungen mal attention 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 ach hier ist mein gruder kristall hinter ja deswegen war ich gerade so hartnäckig sehr gut ich habe auch noch mit irgendwo es gibt nur die grünen kristalle und die blubber blasen oder gibt es noch was anderes es gibt noch mehr es gibt noch blaue kristalle ich habe ihn auch sehr gut also man muss immer die ganze zeit so auf der umgebung achten mhm da will ich hin gold hat sich das ding gerade bewegt ich kenne dieses biom noch nicht so gut ja lecker okay ja ne ist klar ähm hier vorsichtig so das muss es gewesen sein pass auf geht er nicht zu nah ran ja die wirft immer schöne sachen wenn sie ja ja die die ist super aber die tentakeln die dahinter auf uns warten sind nicht so cool ach so das ist die die mich glaube ja was habe ich auch ich will die die esse mit du die du 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 kann man die nicht zerstören kann doch kann man da sind wir sind das denn kaputt gar ja gemacht so die gute nuss die kude nuss umher hört sich voll deutsch an und bestimmt aus dem deutschen ja so ganz schön doch von uns gekramm aus lecker auf dem nitra ist unter mir okay ich hab dann noch nüsschen gesammelt noch so ein weckbares objekt hand wenn ich das richtig deuter ist hier ein ei ok hier ist noch nachtra 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 lecker das ist schickt da gleich die armee vorbei holt man sich einfach mal so ein ei und dann kommt sie gleich geht es gleich ab noch wer fragen hier ja was kostet genau so ich bestelle uns noch mal nachschub perfekt ich habe noch zwei schuss mit meiner schluss sieht echt übel aus bei mir auch so noch 1164 schuss übel sagt aber hier 122 muss man mal weinen wenn ich dann keine seile abschließen kann schön ist die energie lädt sich ja auch mit auf so was führt uns denn noch und schön ja ja genau wir brauchen ja mit oliver khan auch mal gesagt was heißt unter uns müssen welche seine hinter uns unten so 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 So, du bist da, genau. Du musst wahrscheinlich mal dahin, wo du bist. Dann müssen wir uns hier unten durchbuddeln. Denken grad schon einmal um. Hier ist auch schon das nicht gut, da ist noch Nitron drin. Und Gold, Gold. Hui, Gold gut. Gold gut. Alles meins, alles meins. Wie es sinkt und lacht. Aber schön, dass das endlich mal geklappt hat jetzt. Ja, ich sag's dir. Oder aber auch Zeit. So. Musste ich erst Corona loslassen, damit die Leute mit mir zocken. Ja, ich sag's dir. Ja, es ist manchmal, ich weiß nicht, wie gestern war es ja auch so ein Arsch. Donnerstag haben wir es, glaube ich, beide vergessen, ne? Ja, ging ein bisschen unter. Ja. Da ist halt so. Ja, ist es. Okay, ich hab ein Ei. Nur eins? Normalerweise sollten da zwei sein. Ach, vielleicht kommt da noch eins. Guck mal gleich mal. Gibt man daran, wenn es dann aufhört zu leuchten, ne? Ja. Also, willst du nicht? Und das, mein Spruch war ihm gerade auf einer anderen Form. Ach so. Sarkasmus. Sarkasmus im Internet. Ah. Was, du hast nur ein Ei? Eigentlich sollten da zwei sein. Ah. Und mit Tabt kannst du ja sehen, wo noch ein Ei ist. Genau. Darin ist keines mehr. Stimmt, du hast ja, mit Tabt ist ja die Karte, ne? Und dann, ei, 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 sag nicht, sag ich nur. Ei, ei, ei. Ei. Ist hier nämlich schon das nächste dann gleich? Ja, schon. Ah, ist ja gut. Ich hab ein Ei. Wieviel brauchen wir noch? Äh, fünf. Wieviel hast du jetzt eingesammelt? Ich hab eins eingesammelt. Das heißt, wir brauchen noch eins. Eins noch, ne? Hier müsste... Genau, hier müsste irgendwo noch eins sein. Und da ist auch schon unser Bonus-Ziele gleich fertig. Ich hör doch hier irgendwas flattern. Aua, das Ding fluchte ja weh. Stirb, stirb, stirb. Nachladen. Stirb. Granate. Stirb. 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 ich bin das letzte sein doch du da? ok ja bei dir komm herr wally was money bewegte Alles fertig, wir können los. Ja gut, drücken wir den Knopf und dann müssen wir noch wohl hinterher laufen. Vorsicht hinter dir. Da kommt noch was großes. Da muss er jetzt durch. Nein, molly, ich will auf dich reiten. Rotter fuck, was ist das? Da müssen wir hin, okay. Wie ist molly denn gelaufen? Ja, ich bin auch gerade am gucken, wie ich hier rauskomme. Wenn ich greife mich hier irgendwas an, das gibt's doch nicht. Die greifen dich nicht an, die wollen dich umarmen und lieben dich. Ja. Oh, nach da oben geht's. Okay. Ich klettere doch da hoch, du Nase. Hey, ich helfe gerade meinen Kollegen. Lass das mal. Schön. Oh, jetzt müssen wir hin. Ja, wir wollen noch weiter hoch. Oh, jetzt müssen wir noch mal auf Ruhe sein. genau three minutes im jahr und pinsel wie sollen wir denn da hoch ist genau über uns okay ja das kriege ich das kriege ich alles kein problem so ich müsste ich ist das ganze einfach eigentlich ist nämlich durch buddeln ich weiß nicht ich habe ja voll den spaß die er wieder hier oben spinnt jetzt endlich wir haben es geschafft das war knapp er macht es aber auch spannend wie er sich dann abgebrochen hat er schlumpf erfolgreich sehr gut gefahren zulage wir möchten leben noch vier allgemein level session dann kommen die speziellen ja ja